Boris Mainzer ist der FFH-Dummfrager. Gleich geht's los mit dem großen Feuerwerksfestival von Hitradio FFH hier auf dem Hessentag in Stadt Allendorf. Und ich hör mich mal unter den Leuten um, wenn Sie so alles gern auf den Mond schießen möchten. Wen würden Sie mal gern auf den Mond schießen? Oh, da muss ich jetzt überlegen. Das darf ich jetzt nicht sagen. Warum? Nee, das bringt politische Probleme, glaub ich. Entweder Lehrer oder Tokio Hotel. Bei Tokio Hotel würde ich mitmachen. Wen würden Sie gern mal auf den Mond schießen? Auf den Mond, meine Frau. Danke. Wer geht für Sie ab wie eine Rakete? Mein Mann. Ich mein, wer privat so für Sie abgeht wie eine Rakete? Die beiden Damen sind sicher. Gibt's nicht an hier. Ja? Ja. Wie die gerade gehen, gehen die ab. Claudia Schiffer? Auch nicht. Anders für Alp. Westerwelle? Ja. Ja. Dummfrager, wir wollen ein Kind von dir. Sehr schön. Und ich will wissen, wen würdet ihr gern mal auf den Mond schießen? Auf dich. Ich glaub, wir haben schon den Mann mit dem größten Knall heute Abend, oder? Juhu! Der FFH Dummfrager. Irgendwann kriegt er jeden. ro einer. Westerwelle? Im tenir. Dein Westerwelle. Sch Woof Head? Westerwelle Pyke. Rolleden kann nachstehen. Rundle.